Die Widerstaatsoppa Die Widerstaatsoppa Wie viele Monsterfreunde gibt's denn heuer in Wien? Zehntausend Monsterfreunde! Zehntausend plus einer! Ich finde es schön diese Initiative, dass man die Kinder wieder zur Musik bringt, aber nicht nur zum Zuhören, sondern zum Mitwirken. Dass die Kinder wieder diese Empfindung bekommen, wie es ist, wenn man singt, wenn man in einer Gruppe singt, zusammen. Zu den 500 Lehrenden möchte ich sagen, ihr macht eine wunderbare Arbeit. Ich weiß, jeder gibt viel Zeit, um das zu machen und ich weiß auch, dass jeder viel Freude daran hat und so soll es sein. Seid ihr alle willkommen zu dieser Zusammenarbeit mit der Widerstaatsoppa. Ich freue mich! Die Widerstaatsoppa Haha! Hihihi! Vielen Dank.